Episode 13. Du willst schneller lernen und das Gelernte nie wieder vergessen? Du weißt aber nicht, wo du anfangen sollst und denkst dir, irgendwie ist mir das Ganze etwas zu überfordernd. Ich habe hier zwar vielleicht ein Projekt, ich habe vielleicht sogar einiges an Schulstoff oder Universitätsstoff, den ich noch zu lernen habe, aber in Bezug auf Speed-Learning-Techniken weiß ich jetzt wirklich nicht, wo ich anfangen soll. Dann ist diese Episode genau das Richtige für dich. Wir stellen heute den absolut kostenlosen Speed-Learning-Starter-Guide für dich vor. Einfach lernen mit Rethinking Memory Der Rethinking Memory Speed-Learning-Starter-Guide Wie kann er mir helfen, meine persönlichen Speed-Learning-Ziele zu erreichen? Wie kann er mir helfen, das, was ich zu lernen habe, schneller zu lernen und länger zu behalten? Nun, wir werden uns gemeinsam den Speed-Learning-Starter-Guide im Detail ansehen und du wirst erfahren, wie er aufgebaut ist und wie er dir helfen kann, dein persönliches Lernziel zu erreichen. Der Kurs umfasst acht Lektionen. In den acht Lektionen erfährst du jeweils einen Skill bzw. eine Technik, die dir zeigen wird, wie du Speed-Learning auf deine eigenen Lernprojekte effizient anwenden kannst. Mit praktischen Beispielen immer wieder gespickt, wirst du ganz praktisch lernen, wie auch du in Windeseile deine Lernprojekte verwirklichen kannst. Derzeit haben wir sechs von acht Lektionen fertig, die wir auch online für dich bereitstellen. Verschaffen wir uns erstmal einen Überblick. In der ersten Lektion lernst du das Grundprinzip, die Mnemonik, kennen. In der zweiten Lektion lernst du, wie du dir Namen effektiv merken kannst und sie nie wieder vergisst. Eine ganz speziell gute Technik für Leute, die sehr viel mit Menschen zu tun haben und sich immer wieder schwer tun, sich die Namen seines Gegenübers zu merken. Ja, und im dritten Teil des Speed-Learning-Starter-Guides lernst du schon den Gedächtnisbelast kennen. Und du wirst lernen, wie du den Gedächtnisbelast anwenden kannst, um dir alles zu merken, was du dir bisher nicht merken konntest. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter in diese Lektion und werden auch lernen, wie wir die Struktur des Gedächtnisbelastes nutzen können, um die Struktur unseres Lernstoffes dort abzubilden. Anhand einer Dinosaurier-Systematik wirst du merken und lernen, wie du den Gedächtnisbelast für deine persönlichen Speed-Learning-Lernprojekte noch effizienter und total genial nutzen kannst. Das solltest du absolut nicht verpassen. Ganz besonders, wenn du gerade in einer Fortbildung stehst, in der Schule oder in der Uni. In Lektion 4 des Speed-Learning-Starter-Guides Eins.